Kissen. Kissen ist etwas, worauf man sich setzen kann oder wo man seinen Kopf drauflegen kann. Unterschiedliche Kissen sind geeignet für unterschiedliche Menschen. Wenn du Schwierigkeiten mit der Halswirbelsäule hast, brauchst du andere Kissen, als wenn du keine Schwierigkeiten damit hast. Es ist gut herauszufinden, mit welchem Kissen kannst du am besten schlafen. Und auch für die Meditation gibt es Sitzkissen und da ist es auch hilfreich zu schauen, welches Meditationskissen ist am besten. Es gibt Meditationskissen, die rund sind. Es gibt Meditationskissen, die halbmondförmig sind. Es gibt auch Meditationskissen, die quadratisch sind. Bei Yoga Vidya haben wir entweder runde Kissen oder auch mondförmige Kissen. Manche Menschen mögen die mondförmige. Da können auch die Oberschenkel gut drauf sein. Und dann sind hauptsächlich die Sitzhöcker unterstützt. Und es gibt andere, die sind rund und die haben ihre eigene Schönheit, weil sie auf andere Weise das Gesäß stärken. In diesem Sinne kannst du immer ausprobieren, welches Kissen ist für dich besonders geeignet.